9. August 2018 22.50 Uhr ein Blitz, er erhält den Himmel über dem Olympiastadion wegen eines aufzährenden Gewitters haben die Veranstalter der Leichtathletico-Europameisterschaften in Berlin die Zuschauer aufgerufen. Zunächst im Olympiastadion zu verharren, bitte bleiben Sie hier, das ist der sicherste Ort für Sie, hieß es unmittelbar nach dem abschließenden 100 Meter Hürdenlauf der Frauen in mehreren Durchsagen. Am Breitscheidplatz waren wegen einer Gewitterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst DWD bereits die für Donnerstag geplanten Siegerehrungen vertagt worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017